Gut gemacht von Lebo, kriegt er den rüber, kriegt er, Bojamba, Bojamba! Mit der Führung der erneuten für Walto. Klasse Konter von Walto. Bojamba, meine Güte, hat er Zeit. Und dann schweißt er das Ding unter den Giebel. Der Ball ist immer noch nicht frei. Jetzt aber Tanko Lecic und Kühn überragend! Wunderbarer Freistoß, aber Pippo Kühn ist in Derbyform. Zack! Ja, so kann man sich dann durchspielen. Und da ist wieder die Möglichkeit für Tasswir, das macht es klasse! 1 zu 0 Borussia Dortmund und das ist feine Klinge. Das war super herausgespielt, über außen, von hinten strukturiert nach vorne gespielt, in die Mitte wieder nach außen. Der Rückplatz ist überragend. Er nimmt ihn noch einmal mit, lässt einen Gegenspieler aussteigen und hat dann Freibahn zum Tor. Und der Abschluss ist auch sehr, sehr gut. Jetzt die Hilfe von Möker, Yannick Möker. Möker! Tor! Yannick Möker! Respekt! Super Tor! 1 gegen 3, er ist ganz alleine. Lackenbacher, Lackenbacher! Lackenbacher! Pfosten! Nachschuss! Jetzt muss er doch rein! Wer kommt da aber nicht, weil Nikolas noch die Patsche dran hat? Was für eine herausragende Parade vom Keeper! Jetzt achten sie auf die rechte Faust! Batsch! Dann zieht er so hoch wie ein Handball-Keeper! Jetzt mal Platz! Kobi Lanski! 1 zu 3! Und dann der eingewechselte Kobi Lanski. Auf dieser Seite fallen immer die richtig schönen Tore. Würzburg immer noch dran. Hermann! Hermann! 52. Minute! Die Würzburger Kickers erhöhen aufs 2 zu 0, weil Hermann den linken Huf rausholt. Fiesta, Fiesta, Mexikaner für die Würzburger Kickers hier. Müller hat Abschlussposition. Der Schlepzer ist gut! Der Schlepzer ist super! Was für eine Bude von Andreas Müller! Und jetzt haben wir hier nochmal richtiges Feuerwerk! Da kann der Bodenmann nur hinterher lunzen. Ein Prachttor! Da ist viel Platz für Czerbarkowski. Czerbarkowski! Wahnsinns-Treffer! Der kann sich in Ruhe aufdrehen und was er dann macht, ist natürlich sensationell. Klasse Schusstechnik. Legt den rechts in die Ecke. Komplizierte Situation. Gut zugestellt. Vielleicht dann mal Solo! Dann so! Nico Brettschneider! Guckt euch das an! Was für ein... Ich weiß, das ist ein Bordspiel. Was für ein Bretz! Und drin ist er. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport. Untertitelung. BR 2018